Oh Gott, war wieder zu voreilig. Krieg ich jetzt ein Herzchen? Ja, sehr schön. Das fand ich ja gerade schon mal sehr gut, dass mich das eine Ding nicht getroffen hat. So, jetzt krieg ich aber kein Herzchen, ne? So. Macht ihr mal da oben. Okay. Dann gehen wir mal runter. 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 Was ist das? Ich glaube, das ist richtig. Mache ich das hier richtig? Ich weiß es gar nicht. Uh! Los! Oh. Dann nehme ich hier links, ne? Natürlich! Ja klar! Wie auch sonst, ne? So, du! Lass ich erstmal dahin. Du kannst mir nämlich nicht mehr böse werden. Motherf! God! Boah! So! Wie ist der jetzt eigentlich hier runter gekommen? So, schnell in die Tür rein. Okay, ich höre wieder Bossmusik. Was ist das denn? Was ist hier mit? Hä? Oh! Was ist das denn? Oh! 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 Das war's! ein Muster? Eins, zwei. Der hat ja eben mal drei gemacht, oder? Eins. Zwei. Oh, ich hab das doch auch probiert. Why? Nein! Natürlich! Na gut. Fangen wir halt hier wieder an. Nur ich verraff das nicht hier unten mit den Steinen, was das sein soll. That doesn't make sense. Nice. Ach! Komm. Natürlich. Einmal noch? Okay. The football. Ich bin da irgendwie drinstecken geblieben. Hm. Hm. Warum? Ich versteh das nicht. Peach. Oder Prinzessin Toadstool. Okay. Oh, nice. Oh, nice. Münzchen, Münzchen. Sehr gut. Ach komm ey. Ach komm. Kann doch nicht sein. Ach. Ja. Ja. Ich spiel übrigens momentan wieder God of War. Ich muss echt sagen, das ist echt so ein gutes Spiel. Ich wollte das nämlich jetzt platinieren. Wie komme ich denn da oben hin? Ach. Das ist doch echt eine Gülle, ey. Das ist doch echt eine Gülle, ey. Ja, damit kann ich glaube ich ganz gut was anfangen mit dem Stern. Okay. Aber die Pyramide. Okay. Aber die Pyramide. Aber die Pyramide. Wahrscheinlich ist das irgendwo hier unten drin. Der olle Schlüssel. Ja, God of War, genau Wollte ich jetzt platinieren Da fehlt nämlich auch gar nicht mehr so viel Nur noch Die tausender Kill-Kombo Nur noch, in Anführungszeichen Dann muss ich das Spiel noch einmal auf Schwerte spielen Und dann fehlen mir noch irgendwelche Schätze Beziehungsweise ein Schatz Irgendeine olle Münze, die ich beim ersten Mal verpasst habe Ähm Ja, und dann habe ich das Spiel So fast auf platin Hä? Och man, das ist doch echt Mega-assozial Oh Where is the star? Ja gut, das hat jetzt Nicht so viel gebracht Na ja, gut Ah Schön Ich dachte, ich hätte es hinter mir Aber dem war wohl nicht so Gut Gut Ich hätte gern Ähm Ähm Ach Gut, das hat sich jetzt auch erledigt Wie viel Leben? Vier Leben haben wir noch Puh Äh Komm Ach Ach, das ist doch Mann Diese Dumme Was haben wir denn hier hinten überhaupt? Ja, gewiss Gewiss Oh man, ey Ich will doch nicht immer meine verfickten Drecksleben verballern, Mann So Was ist hier? Da ist was Nur was ist es Ein Pau-Block Kann ich den mitnehmen? Ja, den kann ich mitnehmen Oh, ich wollte es schon sagen Ist ja auch ein Pau-Block drin Ja, hier ist auch ein Pau-Block drin Das ist ja Hö-hö-hö-höchstgradig Interessant Jetzt kann ich den nochmal einsammeln Macht das Sinn? Und wenn nein Wie macht es Sinn? Ich mag diesen Spruch So Ich sammle es jetzt nochmal zum dritten Mal ein Man weiß ja nie Hallo Danke Ach Es geht noch weiter Wow Alter Gestört oder was? Ach, komm Das ist doch nicht Zwei leben noch, ey Ah Mann Es geht mir aufs Hai Komm, das ist Dass ich das Spiel das merken kann, dass da dieser Drecksgegner steht Let's do it Das ist schön So Sechs Versuche Toll Ach man, da hättest du auch ein Leben für geben können Och Mann Ich kenne diesen Rhythmus nicht Ich kenne diesen Rhythmus nicht Was Mein可是 Und das ist schon wieder raus, ich kenne diesen Rhythmus 5